Und damit kann man seine Rüstung verzaubern. Also auch wenn ihr ausgelevelt habt und spielt Blas Online, macht das einfach mit. Und fertig. Und immer fein den Stern folgen. Jetzt habe ich keine Verbindung zum Chat mehr. Merkwürdig. Testen. Habe ich tatsächlich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Na ja sowas. Dann einfach nochmal. Manche Sachen sind komisch dargehörig. Das Stream ist eigentlich noch da. Oh, hoffe ich. Wer weiß. Oh, falsche Kontra. Hm. Jetzt hatte ich kurz nicht aufgepasst. Und schon fliegt man wieder raus. Jetzt kommen sie aber alle wieder. Sehr schön. Wo sind sie jetzt? Da hinten. Fuck. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht's. Einmal zu den Lootern. Das ist immer das gleiche. Ist man nicht beim Heiler, kriegt man keinen Heal. Wenn der stirbt, ist man es auch dran schuld. Man hat ja wirklich keine Zeit, den Leuten noch hinterher zu rennen. Das ist fast nicht möglich und macht auch nicht viel Sinn. Wenn ihr jetzt denkt, ist es langweilig, ist es auch auch produktiv. Manchmal muss man auch produktive Sachen machen. Mal gucken, ob ich die 43 noch knacke. Ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich denke fast, dass es zum Ende nicht reichen wird. Aber dann machen wir es halt morgen. So Gott will. Morgen werde ich natürlich auch wieder für den Stream. Das heißt, die mich noch nicht im Follow haben, können wir gerne folgen. Ich freue mich über jeden Follow, den ich bekomme von euch. Ihr kriegt Informationen sofort, wann ich on bin. Ihr könnt dann gleich von Anfang an den Stream genießen oder auch nicht. Kritik und Verbesserungsvorschläge finde ich immer geil. Angebrachte Kritik. Wenn ihr sagt, deine Haare schätzt dir heute scheiße aus. Mach was dagegen. Habt ihr recht. Oder rassier dich oder schritt zu viel oder weniger oder mehr. Keine Ahnung. Schreibt es mir. Schreibt es mir. Denn nur wenn man Kommunikation ausübt, kann man wissen, was die anderen wollen oder wo es hingehen soll, die Reise. Ein Dialog ist immer angenehmer als ein Monolog, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Okay, du darfst du fertig. Dann. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. One me. Come on, baby. Let's twist again. Scheiß Telefon wird umgefallen. Ich brauche eine Schirmmütze, dass ihr euch besser sehen könnt. Let's go, rein da. Zack. Och, scheiße. Da waren sie wieder weg. Leider. Ein bisschen PvP sind wir nicht schlecht. Ja, jetzt werden sie niedergezerkt. Und? Es wird dann schuld, wenn sie rumrennen. Und jetzt dürfen wir Kaibis verklopfen. Verklopft die Kaibis. Verklopft die Kaibis. Verklopft den Kaibis. Verklopft das. Ach, meine Haare nerven mich gerade. Auf geht's, immer weiter. Auf geht's, immer weiter. Er bleibt auch nicht stehen, ich würde gerne mal. All right. All right. All right. All right. So ungefähr. We try. Geht nicht. We try. Claim and retry. Ich brauche das nächste Mal nicht zu viel. Dann kann ich das nächste Mal ein bisschen bummeln. Bummeln fetzt. Das waren halt mal schnelle 30% bis jetzt. Ähm. Da fehlen mir nur noch. Blum, blum, blum. Mal gucken. 42 zum Level Up. Yes, baby. So soll's sein. Die reiten, oder? Ich kann nicht, weil bei mir irgendjemand Battle Mode ist. Ja, also müssen wir laufen. Moin Zuschauer Nummer 3, ich grüße dich. We will work. Wir müssen laufen. Laufen, laufen, laufen. Wanderrschritt. Laufen, laufen, Wanderschritt. Gibt's so ein schönes Lied. Ich wüsste nicht, ob du das kennst. Gibt's so ein schönes Lied. Na, das ist gekoppelt. Gibt's so ein schönes Lied. Gibt's so ein schönes Lied. So wie es aussieht bin ich der einzige Highlighter, das ja blöd war. Ach ja, Herr Lieben. Laufen, laufen. So, ich bin sofort wieder da. So, ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. So, ich bin sofort wieder da. Ich habe es in die Zukunft noch reingekriegt, sehr schön. Die Summoner sind auch fertig. Was fehlt mir noch? So, ich glaube, Matures. So, ich bin sofort wieder da. Das kann ich auch nicht antworten. Das machen wir auch. So, ich bin sofort wieder da. So, ihr Lieben, aber ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die zwei Stunden müssten ungefähr voll sein. Es ist jetzt, ja, 21.18 Uhr. Obwohl, ich werde es. Ach, scheiße. Lassen wir laufen. Guckt euch noch ein bisschen an, wenn ihr Lust habt. Ich mache für euch jetzt einfach etwas Musik mit unserem Grund an, damit ich einfach nicht so viel erzählen muss. Und dann ist Jude. Und dann ist Jude. Und dann ist Jude. Und dann ist Jude. Gut, mit der Musik wird gerade schwierig, muss ich eingestehen. Ja. 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 Ich glaube, ich bin fertig. Ich hoffe, ich bin fertig. Was die so alles hier geholt haben, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, ich bin fertig. 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 Ich konnte es. Wir sollen warten. Dann warten wir. Wait for. Jetzt geht's weiter. Auf geht's. Juhu. Oh, oh. Krass. Warum sehen Sie ihn schon wieder seit vorne? Hallo? Ei, 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 ei. Ich will einfach aufmauern. Kann ich nicht die kämpfen wieder. Ach, Mann. Die kämpfen und kämpfen und kämpfen. Bum, 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 bum. Ich brauche einen Genfilter. Gibt's sowas? Zu was gehören diese scheiß Ding? Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Oh, no. Eigentlich sollten die zu... Das blockieren, aber irgendwie machen sie das nicht. Warum? Auch immer. Ich brauche. Ich brauche. Ich fragte diealthe. Ich hab mich auf, ob es gut. Ich brauche. Und da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Da bin ich nicht zum Heim gekommen. Das war wohl ein Gladi, der an mich reingesprungen ist. So sieht es aus, wenn man in BLAST tut ist. So sieht es aus, wenn man in BLAST tut. So sieht es aus, wenn man in BLAST tut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage mal, das Blur habe ich durch. Das war eigentlich mein Ziel. Ich habe 105 dieser komischen Kristalle oder Steine bekommen. Ich habe fast 50% an XP gemacht. Ganz ehrlich, was möchte man mehr? What we want more babies. Daher bleibt mir bloß zu sagen, das finde ich geil, eine Legion, die das machen. Das ist mal mein Ziel. Das ist mal mein Ziel. Seht euch das an. Eine komplette Legion, die Hunting Raid machen. Gut ausgestattet, koordiniert. Vielleicht zusammen im TS. So ist das eigentlich schlecht und so macht das auch Spaß. Und die rubbeln natürlich über alles drüber, wie sich das gehört. Also, nochmals für den letzten Zuschauer, der jetzt hier war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die anderen alle, die mitgemacht haben. Ich sage nochmal, wir hören und sehen uns morgen um die gleiche Uhrzeit. Mit der anderen Haarschnitt. Der ist scheiße. Und etwas bequemmer zum Ansehen. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.